Nic ist unsere hauseigene Video Produktionsmaschine. Als ehemaliger Breakdancer und Kunstturner tänzelt er akrobatisch auch mit schwerstem Kamera Equipment umher. Früher wollte Nic Stuntman werden, vor allem aber wollte er sich in die Filmwelt stürzen. Das Filmemachen hat er dann von Grund auf gelernt. Von eigenen Videos bis hin zu professionellen Produktionen. Heute ist Nic unser Head of Production. Plant viel, shootet, schneidet, supervised, berät, betreut und gibt nach erfolgreicher Arbeit auch gerne einen aus.